Hallo meine Freunde, ich stelle mich vor. Mein Name ist Degramm, ich bin 18 Jahre alt und ich habe gerade mein Abitur beschlossen. Für mich Deutsch ist nicht nur eine Sprache, sondern eine Leidenschaft. Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren. Am Anfang war es nicht einfach. Auf diesem Grund habe ich immer gesucht, wo ich Deutsch richtig lernen kann, bis ich hier am Freundeskreis Deutsch angekommen bin. Der GER, Gemeinsame Europäische Referenzrahmen, ist der Leitfaden der Sprachkurse in diesem Institut. Die Kurse dauern hier acht Wochen. Man kann entweder an einem Intensivkurs eine Stufe oder an einem Extensivkurs einer Unterstufel teilnehmen. Die gut ausgebildeten Lehrkräfte, die vom Lehrer der Deutschen Sprache Goethe-Institut fortgebildet sind, unterrichten methodisch und kompetent. Die Atmosphäre in den Deutschkursen bzw. Sprachkursen ist immer angenehm und voll Spaß. Das Lesen hilft so sehr beim Spracherper. Deshalb komme ich ständig am Freundeskreis Deutsch Bibliothek. Es stellen viele Sachbücher, Romane, Zeitungen und Magazine auf Deutsch zur Verfügung. Es ist ein echter Schatz. Wenn ich an einer deutschen Universität studieren möchte, müsste ich natürlich ein Goethe-Zertifikat bekommen. Gute ist, dass ich hier Goethe-Präfungen ablegen kann. Freundeskreis Deutsch Sprachinstitut, der offizielle Partner des Goethe-Instituts in Annabend, lädt euch herzlich ein, an seinen Sprachkurse und kulturellen Aktivitäten teilzunehmen. Denn zusammen können wir alles erreichen. Herzlich Willkommen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.